Hi, ich bin David, 22 Jahre alt, komme ursprünglich aus Kolumbien, bin dort geboren, wohne schon seit 20 Jahren jetzt in Deutschland. Zum Urteil bin ich gekommen über Freunde, die einen dann mal eingeladen haben und dann ist man spontan mal mitgegangen und direkt geflasht gewesen. Absolut meins gewesen. Nach einem halben Jahr hat es dann im Kopf schon so klick gemacht, so hey, ich möchte kämpfen. Schon dann auch ein bisschen vorbereitet und dann so richtig vorbereitet dieses Jahr. Dieses Jahr eben schon ein paar Kämpfe gemacht. Ich habe einen neuen Kampf gemacht, davon drei Galas und zwei Meisterschaften. Einmal WTKA und WBC German Championship. Ich kämpfe auf 67 Kilo, B-Klasse, voll Mutter. Mein Erwartung ist auf jeden Fall Erfahrung zu sammeln, gegen starke Leute zu kämpfen, mich weiterzuentwickeln. Musik 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 Musik